Eigentlich wollte ich dieses Wochenende gar kein Video mehr rausbringen, aber in diesem Inside Star Citizen gab es ein paar Informationen, ein paar Wörter, ein paar Begriffe, die ich gerne erklären wollte und insofern geht's wieder los. In diesem Inside Star Citizen haben wir Mitglieder des Space Combat Teams. Es ist ein interdisziplinäres Team, zusammengestellt aus mehreren Teams bei CRG. Es besteht aus Mitgliedern des Vehicle Experience Teams, des Vehicle Feature Teams, des Player Experience Teams und auch aus mehreren anderen Abteilungen. Das Wichtigste an diesen Leuten ist, dass sie in den Weltraumkampf investiert sind und das Spiel aktiv spielen. CRG wird den aktuellen Stand des Weltraumkampfes in 3.14 und 3.15 besprechen und dann darüber sprechen, welche Dinge funktionieren und welche Änderungen kurz- und langfristig anstehen, um das Erlebnis zu verbessern. Und als letztes wird CRG über die Bedeutung der Community sprechen, denn CRG entwickelt dieses Spiel nicht isoliert für sich selbst. CRG entwickelt es mit und für uns. CRG ist alle früheren Versionen durchgegangen und hat sich angeschaut, welche Features von all diesen Versionen in der Vergangenheit am beliebtesten waren und welche am interessantesten waren, was die Spieler über diese Versionen gesagt haben und was ihnen an diesen Versionen nicht gefallen hat. Es ist also ein Überblick über die vergangenen Designentscheidungen und eine Analyse, wo CRG mit dem Spiel gelandet ist und welche Erfahrungen sie in das Spiel eingebracht haben. Der zweite Schritt bestand darin, die Arbeiten von John Boyd zu analysieren, der in der Vergangenheit viele Arbeiten im Zusammenhang mit dem Dogfight und der militärischen Strategietheorie verfasst hat, zum Beispiel die sogenannten UDA-Loops, die für die Entscheidungsfindung sehr wichtig sind. Die hier zu lesende EM-Theory ist die Energy Manövrability Theory, die Theorie der energetischen Manövrierfähigkeit. Es handelt sich um ein Modell für die Leistung von Flugzeugen. Es wurde von Oberst John Boyd, einem Kampfpiloten, und Thomas P. Christie, einem Mathematiker der Luftwaffe, entwickelt und ist nützlich, um die Leistung eines Flugzeugs als Summe der kinetischen und potenziellen Energie oder der spezifischen Energie des Flugzeugs zu beschreiben. Sie setzt den Schub, das Gewicht, den Luftwiderstand, die Flügelfläche und andere Flugeigenschaften eines Flugzeugs in ein quantitatives Modell um. Auf diese Weise lassen sich die Kampffähigkeiten verschiedener Flugzeuge oder mögliche Kompromisse bei der Konstruktion vorhersagen und vergleichen. UDA steht für Observe, Orient, Decide, Act. Beobachten, Orientieren, Entscheiden, Handeln Der UDA-Loop ist ein vierstufiger Ansatz für die Entscheidungsfindung, bei dem es darum geht, verfügbare Informationen zu filtern, sie in einen Kontext zu stellen und schnell die am besten geeignete Entscheidung zu treffen, wobei auch berücksichtigt wird, dass Änderungen vorgenommen werden können, wenn mehr Daten zur Verfügung stehen. Diese Strategie ist sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene anwendbar. Sie ist besonders nützlich in Szenarien, in denen es um Wettbewerb geht und in denen die Fähigkeit, schneller als der Gegner auf veränderte Umstände zu reagieren, einen Vorteil darstellt. Und die EM-Theorie und der UDA-Loop fließen eben auch in das Dogfighting-System von Star Citizen und Squadron 42 mit ein. Der dritte Schritt bestand darin, viele Anrufe und Gespräche mit sogenannten Fachexperten zu führen. Dabei handelt es sich um Personen, die in der Vergangenheit für die US-Luftstreitkräfte gearbeitet oder geflogen sind und über umfangreiche Kenntnisse im Dogfighting verfügen. CRG ging sogar so weit, dass sie mit ehemaligen Luftkampfpiloten in Flugsimulatoren Unterricht im Dogfight nahmen. CRG brachte alle Erfahrungen und Erkenntnisse in sozusagen Kampfgipfeln zusammen. Die Entwickler haben sich also vom Tagesgeschäft zurückgezogen und über all die früheren Veröffentlichungen und Theorien über den Kampf gesprochen und darüber, wie sich diese auf den Status und die Erfahrung im Spiel übertragen lassen. Und sie versuchen, einen Plan für die nächsten zwölf Monate zu erstellen. CRG wurde gefragt, was die übergeordneten Ziele sind, wenn es um den Weltraumkampf geht. Das läuft auf ein paar Schlüsselpunkte hinaus, nämlich eine sinnvolle Entscheidungsfindung, indem man dem Spieler Optionen gibt und auch indem man ihm die Daten gibt, nach denen er handeln kann. CRG gibt dem Spieler also die Informationen über die Systeme, die sie bauen, sodass der Spieler Entscheidungen treffen kann. Der zweite Teil besteht darin, jeder Waffe, jedem Fahrzeug und jedem anderen Gegenstand einen angemessenen Zweck im Spiel zu geben. Und dann nimmt CRG die Einschränkungen in Kauf, die diese Entscheidungen mit sich bringen, sodass die Spieler Entscheidungen treffen müssen. Es geht also nicht nur darum, das Beste von allem auszuwählen, sondern auch um die Einschränkungen, die sich aus der Auswahl bestimmter Dinge ergeben. Dann sollte es sich im Grunde glaubwürdig anfühlen. CRG erstellt also künstliche Beschränkungen, die eigentlich aus realen Konsequenzen resultieren, um so ein sich real anfühlendes Erlebnis zu schaffen. Und der letzte Punkt des Ziels ist es, dass CRG erreichen will, die Vermeidung von Meta-Gameplay. Ob man mit Entwicklern oder Spielern spricht, der Begriff Meta-Spiel, Meta-Gameplay hat eine unterschiedliche Bedeutung. Für einen Gamer bedeutet der Begriff Meta normalerweise, dass ein Spieler sein Wissen über den Zustand des Spiels nutzt, um seine Aktionen im Spiel zu bestimmen. Und zwar im gewissen Sinne die Möglichkeit, die Maschine, das Spiel, die Engine zu überlisten, indem man Regeln und Systeme durch die sogenannten Exploits überwindet und das dann auch der Community mitteilt. Häufig wird es als eine Form des Cheatens angesehen, wenn man Tipps und Hacks für das Spiel mit anderen teilt. Für Spieleentwickler bezieht sich der Begriff Meta-Gameplay, auch Meta genannt, auf Systeme und Mechanismen, die sie schaffen, um das eigentliche Gameplay mit einem Satz von Regeln und Logik zu umhüllen. Meta-Gameplay-Systeme sind nicht mit der Mechanik des Kernspiels verbunden. Sie sind Looping-Systeme, die sich um das Kern-Gameplay wickeln. Die Entwickler können es beeinflussen, aber sie spielen es nicht aktiv. Auch wenn das Meta-System zwangsläufig mit dem Kernspiel verbunden ist, läuft es unabhängig davon. Um das in klarere Worte zu fassen, die meisten mechanischen Meta-Gameplay-Elemente drehen sich um Fortschritt oder Ökonomie, die Teil des Kern-Gameplays sind, ohne dies aber direkt zu nutzen. Diese Systeme bieten den Spielern zusätzliche mittel- und langfristige Ziele und halten sie länger bei der Stange. In seiner einfachsten Form ist ein Beispiel für eine Meta-Mechanik eine dauerhafte Highscore-Tabelle, die mit dem Spiel verbunden ist, aber nur ein Begleitmittel, die Möhre ist, um Spieler zum Kern-Gameplay zu motivieren. Im Zusammenhang des hier vorliegenden Kontexts gehe ich aber davon aus, dass CRG eher die Sache mit den Exploits meint, die sie versuchen, weitestgehend auszumerzen. CRG ist sich bewusst, erzählen sie weiter, dass das sehr schwierig ist, aber sie werden versuchen, es so weit wie möglich auszumerzen. Wo steht CRG also heute? Mit dem Weltraumkampf in 3.14 und 3.15 hat CRG versucht, eine neue Grundlage für den Kampf zu schaffen, was für sie bedeutete, die Details der Weltraumkampf-Balance vorerst zu entfernen und sich zunächst nur auf die grundlegende Kampferfahrung zu konzentrieren. Und das betraf vier Schlüsselbereiche. Der erste war, dass sie alle Schiffe einem bestimmten Archetyp zuordnen. So war kein Schiff das Beste für alles. Und dann konnten sie sich auf den Weg machen, den Status der Multiplayer-Erfahrung zu verbessern, sodass es einen Sinn hatte, mehr als eine Person im Schiff zu haben. Zweitens hat CRG das Gleiche mit den Waffen gemacht. Es gibt jetzt nur noch zwei Archetypen im Spiel. Einen Waffentyp, der gut ist gegen Jäger, und einen Waffenarchetyp gegen große Schiffe. Und CRG wird das in Zukunft weiter ausbauen. Der dritte Aspekt sind die Schilde. CRG hat in der Zwischenzeit viele Dynamiken vereinfacht, damit sie besser lesbar und leichter auszubalancieren sind. Und schließlich hat CRG das Capacitor-Gameplay, das Kondensator-Gameplay eingeführt, das in gewisser Weise das Ausdauer-Gameplay für Triebwerke, Waffen und Schilde darstellt. Mit diesem Status kann CRG nun über die Kampfverbesserungen sprechen, die sie kurzfristig testen möchten. Und die allererste davon ist die G-Kraft. In der Vergangenheit hatte CRG eine Menge G-Kräfte im Spiel. Und während des Dogfights war die G-Kraft ein sehr wichtiger Teil dieses Gameplays, wie man sein Schiff steuert, wie extrem die Manöver ausfallen können. Dieser Einfluss ging aber im Laufe der Zeit verloren und CRG arbeitet derzeit daran, das wiederherzustellen. Was bedeutet, dass die Schwellenwerte für die G-Kräfte gesenkt werden, um die Spieler zu bestimmten Manövern zu zwingen, damit sie sich von den Erschöpfungseffekten erholen können. Das Ziel dabei ist, dass man nicht nur darauf achten muss, wie man die Energie seines Schiffes verwaltet, sondern auch, wie man die G-Kräfte langfristig kontrollieren kann. Jetzt gibt es einen Blick auf die Waffenarchetypen und Varianten. Im Moment gibt es, wie gesagt, nur zwei Archetypen für Waffen ins Spiel, eines gegen Jäger und eines gegen große Schiffe. Aber CRG würde diese Typen gerne erweitern. Sie würden gerne spezialisierte Waffen gegen Infanterie und spezialisierte Waffen zum Abfangen von Geschossen und ankommenden Raketen ins Spiel bringen. CRG denkt aber auch über Suppression Weapons nach, Unterdrückungswaffen. Was insofern eine seltsame Bezeichnung ist, da eine solche Unterdrückung des Gegners im Kampf durch jede Waffe oder Waffengruppe erfolgen kann, die in der Lage ist, die erforderliche Intensität des Feuers für die erforderliche Dauer der Unterdrückung zu liefern, also zum Beispiel jede semi- oder vollautomatische Waffe. Weiterhin denken sie über unspezialisierte Waffentypen nach, wie zum Beispiel einen Alleskönner, den man für alles verwenden kann, der aber nicht die beste Waffe in jeder Situation ist. Darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass CRG die Waffentypen auch als solche weiter ausarbeiten und hinsichtlich Varianten verbreitern wird. Man kann also wieder Anti-Jägerkanonen und Anti-Großschiff-Gettlings erwarten. Lasst uns auf die Schildvariationen gucken. In 3.14 musste CRG alle Schildgeneratoren aller Größen vereinheitlichen, um sie wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. In 3.15 begannen sie, die Unterschiede zwischen den Schildgeneratoren langsam wiederherzustellen. Während es vor dieser Maßnahme Unterschiede der Schildwerte von bis zu 90 Prozent gab, wollte man sie jetzt in ein Werte-Zielfenster bringen, denn CRG war der Meinung, dass 90 Prozent Unterschied zu viel sind. In Zukunft wird CRG versuchen, die Schilde wieder vielfältiger zu gestalten, sodass wir eine richtige Entscheidung treffen können, welches Schild wir installieren wollen. Trotzdem wird es nur eine mäßigende Variable für das PVP-Ergebnis sein, denn CRG möchte immer noch, dass die Fähigkeiten der entscheidende Faktor für den Ausgang eines Nahkampfes sind, nicht die Schiffskomponenten. Das Power Triangle, das Energiedreieck, war für CRG sehr wichtig, um den Spielern zu ermöglichen, den Kampf in Star Citizen zu steuern. Es gibt den Spielern die coole Möglichkeit, ihre Energie auf eine bestimmte Schiffsressource schnell zu konzentrieren. Aber CRG sucht immer noch nach Wegen, wie sie das Power Triangle verbessern können. Sie überlegen, wie sie die Anomalienkurve verbessern können, damit die Energie nicht überall gleich schnell und gleich intensiv ankommt. CRG ist der Meinung, dass dies eine wirklich interessante Dynamik und eine zusätzliche Überlegung bei der Verwaltung der Systeme darstellen sollte. Auch nehmen sie wieder Abstand von der Idee, dass die Zuweisung der Energie an die Waffenkondensatoren beispielsweise alle Geschütztürme gleichermaßen auf dem Schiff beeinflussen sollte. Eine wichtige Sache, die CRG in 315 hinzufügt, ist die Mindestregeneration für alle Power Triangle-Zuweisungen. Selbst wenn man also volle Energie beispielsweise auf die Triebwerke legt, bekommt man trotzdem immer noch ein bisschen Regenerationsenergie auf die Waffenkondensatoren und auf die Schilde. Flugtuning ist also mit Abstand der unwichtigste Aspekt des Kampftunings. Nur ein Scherz. Nein, CRG ist mit dem aktuellen Flugtuning nicht zufrieden. Was sie in 314 und 315 gemacht haben, war, die Schiffe in einen Archetyp-Zusammenhang zu bringen. Das bedeutete aber auch, dass viele der Unterschiede zwischen den Schiffen verloren gingen. Außerdem musste CRG hier und da mit einigen Zahlen tricksen. Zum Beispiel können Schiffe jetzt viel schneller nach oben als nach unten strafen. Das liegt an einigen magischen Zahlen, die CRG hinzugefügt hat. Aber eigentlich wollen sie diese magischen Zahlen wieder abschaffen und mindestens reduzieren und diese Aspekte über das Thruster-Tuning steuern. Das wird allerdings ein längerer Prozess sein, aber am Ende wird CRG ein realistischeres Gefühl für das Schiffshandling erreichen. Was CRG in 315 auf vielfachen Wunsch hinzugefügt hat, sind Optionen für die TVI-Sichtbarkeit. Man kann also jetzt in die Optionen gehen und die TVI-Sichtbarkeit auf Always On immer anstellen, wenn man nicht möchte, dass der TVI ausgeblendet wird. Diese Entwicklung und Umsetzung wird einige Zeit in Anspruch nehmen, daher wird es bis zur Implementierung noch einige Zeit dauern. Und hier noch ein wichtiger Hinweis. CRG versucht so realistisch wie möglich zu sein, aber sie wollen es immer wieder auf den Punkt bringen, an dem es Spaß macht. Sie streben nicht nach Realismus. Realismus. Das Ziel von CRG ist Glaubwürdigkeit und Spielspaß. Die Idee des Trimmens wurde aus zwei Gründen geboren. Erstens, Spieler, die decoupled spielen. Sie wollen eine Kontrolle haben, um tatsächlich auf einer bestimmten Höhe zu schweben. Und die andere Sache war, CRG schaute sich an, wie militärische Helikopter ihre Trimsysteme einsetzen. Und dann dachten sie, vielleicht gibt es etwas, das speziell für Dual-Stick-Benutzer hinzugefügt werden kann. Also untersuchten sie das Trimsystem, bei dem man einen Knopf drückt und dann den linken oder rechten Stick in eine bestimmte Position bringt und man den Knopf loslässt und das Schiff diese Eingabe beibehält. Und jede Eingabe, die man anschließend macht, steht in Relation dazu. Zurzeit befindet sich das System noch im Prototyp-Stadium und wird den Spielern zur Verfügung gestellt, sobald es veröffentlicht ist. Dieses System wird es auch insbesondere Maus- und Tastaturspielern ermöglichen, den Schub wieder flüssig abgestuft zu steuern, wohingegen wir derzeit ja durch Drücken von W und S einfach in die volle, sozusagen binäre Vorwärts- und Rückwärtsbewegung übergehen. Dieses neue Trimsystem gibt den Maus- und Tastaturspielern also ein bisschen mehr Kontrolle über ihre Raumschiffe und Fahrzeuge. Wie ihr vielleicht schon in 3.14 bemerkt habt, hat CRG die Implementierung des Autogimbals während des Flugs etwas beobachtet. Ihr werdet bemerkt haben, dass das Fadenkreuz des Autogimbal-Ziels überall durch die Gegend flog. In 3.15 hat CRG das behoben und die Funktionsweise des Autogimbals neu geregelt. Sie sind jedoch noch nicht zufrieden mit dem automatischen Gimbal-System, eben weil es sich für sie im Moment so anfühlt, als wäre es eine Fertigkeitsbrücke, anstatt einen wirklichen Zweck im Spiel zu erfüllen. In Zukunft wird CRG untersuchen, was der eigentliche Zweck von Autogimbal oder des Autogimbal-Modus im Allgemeinen sein sollte. Sie untersuchen auch weitere Dinge wie das absichtliche Abschalten der Waffenunterstützung. Das ist sicherlich nichts, was der Durchschnittsspieler tun wird, aber CRG kennt ein paar PvP-Spieler, die diese Option wirklich gerne hätten und eine gute Nachricht, für 3.16 fügt CRG gestaffelte Staggart-Feuergruppen für Piloten hinzu. CRG hat den Algorithmus für gestaffeltes Feuern umgeschrieben, sodass er jetzt nicht mehr zwischen allen Waffen, sondern zwischen allen Waffentypen, die man pro Waffengruppe hat, gestaffelt wird, was bedeutet, dass CRG das vollständig in die Kontrolle der Piloten geben kann. Und der letzte der kurzfristigen Pläne, Geschütztürme. Im Moment kann CRG die Waffen von Geschütztürmen nicht einfach besser machen als die von Nicht-Geschütztürmen, denn eine Waffe ist eine Waffe. Aber CRG arbeitet derzeit mit dem Waffenteam zusammen, um herauszufinden, ob sie bestimmte Eigenschaften einer Waffe verbessern können, wenn diese einem Geschützturm zugewiesen wird. Ein guter Anwendungsfall ist hier zum Beispiel die Hammerhead. Während dieses Schiff im Nahkampf sehr, sehr gefährlich ist, fliegen die Kugeln ab einer bestimmten Entfernung einfach zu langsam, um die Hammerhead wirklich zu einer sinnvollen Anti-Jäger-Plattform zu machen. Und genau das will CRG ändern. Sie untersuchen, ob sie alle Geschütztürme der Hammerhead verbessern können, ohne die eigentliche Waffe zu verändern. Das waren ein paar von CRGs kurzfristigen Plänen, die derzeit in Entwicklung sind. Sie werden mehr davon zeigen, je näher sie der Fertigstellung dieser Pläne kommen. Aber jetzt geht es einen Schritt weiter und wir erfahren über die langfristigen Pläne. Kleiner Vorbehalt. All diese Dinge, über die hier gesprochen werden, sind noch nicht in Angriff genommen worden und können sich im Laufe der Zeit noch ändern. Aber CRG möchte sie uns trotzdem einfach mal zeigen und uns in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Einer der wichtigsten Aspekte, den CRG in Zukunft ändern möchte, ist das Problem der Hochgeschwindigkeitskämpfe, des High-Speed-Combat. Für dessen irreführenden Namen, das füge ich hier mal so ein, CRG die Geschwindigkeit der Raumschiffe im Gegenteil stark gedrosselt hat. CRG weiß, wird uns hier erklärt, dass High-Speed-Combat zurzeit nicht gut funktioniert. Und Sie wissen auch, dass Low-Speed-Combat, Niedriggeschwindigkeitskämpfe, zwischen 200 und 300 m pro Sekunde unglaublich viel Spaß machen. Wobei ich nicht sagen kann, ob das jetzt ernst gemeint oder ironisch gemeint ist. Es klingt für mich zumindest ironisch. Wie wird CRG dieses Problem lösen? Das wissen Sie noch nicht. Der nächste Teil ist das ballistische Munitionsmanagement. Im Moment hat CRG sehr niedrige ballistische Zahlen im Spiel und das liegt daran, dass das physische Panzerungssystem noch nicht online ist. Wir können also einige Änderungen in Bezug auf ballistische Munition und die Art und Weise, wie Star Citizen ballistische Munition in Zukunft verwaltet, erwarten. Außerdem möchten Sie einen benutzerdefinierten Operator-Modus für EMP einführen. Denn als Pilot braucht man mehr Daten und mehr Informationen, was man tun kann, um ein anderes Schiff, gegen das man kämpft, auszuschalten. CRG hat auch mit der Idee von Flak-Geschützen gespielt. Sie würden gerne ein Flak-Konzept haben, das eine Area-Denial-Waffe ist, also eine Zonenabsicherungswaffe, die gegen Jägerraketen oder sogar ankommende Geschosse wirkt. Außerdem arbeitet CRG derzeit mit dem KI-Team daran, typische Flugmanöver von Spielern auf KI-Schiffe zu übertragen. Und auch möchte CRG dafür sorgen, dass die KI-Schiffe kein missbräuchliches, komisches Verhalten an den Tag legen, das uns den Spielspaß nimmt. Ein letztes langfristiges Ziel, das CRG erreichen möchte, ist die Vertiefung des Kondensator-Gameplays, des Capacitor-Gameplays. Das setzt aber auch voraus, dass andere langfristige Änderungen, wie der High-Speed-Combat, zuerst gelöst werden. Sie würden gerne über Dinge wie das Hinzufügen von mehr Schubkraft, aktiveres Management des Einsatzes und andere aktive Gameplay-Elemente nachdenken. Zuletzt wird über die Bedeutung der Community gesprochen, denn das ist etwas, das Ihnen als Team wirklich sehr, sehr wichtig ist. Die Community ist unglaublich wichtig für CRGs Prozess. Viele der Designentscheidungen, die das Kampfteam getroffen hat, beruhen auf Vorschlägen aus der Community. Wenn es um das Balancing geht, ist die Community unglaublich hilfreich, denn sie liefert Daten, die es CRG ermöglichen, Probleme schnell zu erkennen und auszumerzen. Manchmal werden sie sogar auf falsche Zahlen in den Spieldaten aufmerksam gemacht. In Zukunft möchte CRG also mehr Spieltests mit der Community durchführen. Aber manchmal werden sie im stillen Kämmerlein arbeiten, sich also nicht regen, aber manchmal schon. In diesem Zusammenhang möchten sie darauf hinweisen, dass CRG zwar nicht auf jeden Spektrum-Thread antwortet, aber sie sehen und lesen alles. Bitte gebt ihnen also immer euer Feedback, teilt ihnen eure Meinung mit, denn am Ende wird es ihnen helfen, ein besseres Spiel zu entwickeln. Und zum Ende bedanken sie sich für eure anhaltende Zusammenarbeit und Unterstützung und wünschen viel Spaß mit der International Aerospace Expo in der nächsten Woche. Ja, soviel zu diesem Inside Star Citizen, wo es diese Woche nur ein Thema gab, aber ein sehr wichtiges und interessantes Thema, wie ich persönlich finde, weil sich einfach auch viel beschwert wurde über das Kampfsystem, das immer schlechter wird, dass es keinen Spaß mehr macht. Da habe ich viele, viele negative, kritische Stimmen gelesen und ich denke, CRG wird das aufgenommen haben und das ist auch der Grund für dieses Inside Star Citizen, dass sie sagen wollten, hey, wir fühlen euch, wie man heutzutage sagt, wir haben das gelesen und das ist der Grund dafür. Wir haben viele Unterschiede ausgemerzt, wir haben uns mit vielen Themen beschäftigt, wir haben erstmal alles entfernt, um es leichter ausbalancieren zu können, um alles auf eine Ebene zu bringen, um von dort aus das Spielsystem, die Werte neu anzupassen und ein glaubwürdiges Spielerlebnis zu schaffen, was Spaß macht. Dazu gehen sie erstmal, was ja auch schon letztens geäußert wurde von Jared Huckabee, an den Punkt des größtmöglichen Realitätsgrades, um es dann zurückzubringen zurückzubringen zu dem größtmöglichen Grad des Spielspaßes. Und im Moment sind wir aber erstmal an einem Ausgangspunkt wieder angelangt, wo sie gesagt haben, wir haben so ein Durcheinander, wir bringen jetzt erstmal alles zurück auf eine Ebene, wir wissen, dass das keinen Spaß macht, wir gehen von hier aus los und entwickeln das Balancing neu bis zu einem größtmöglichen Grad des Realismus und dann fangen wir an, den Spielspaß zu entwickeln. Das hört sich für mich an, als würde dieser Prozess noch so ein, zwei Jahre dauern, bis sie hier wirklich an einem möglichen Zielpunkt angekommen sind. Sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bedanke mich bei meinen Unterstützern auf tibi.com. Wenn auch ihr dazukommen wollt, euer Dankeschön geben mit dem einen und anderen Euro, dann freut mich das auf tibi.com, sucht nach Astro Sam. Und dann mache ich Schluss. Jetzt wirklich für dieses Wochenende wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß nächste Woche mit der IAE 2951 und viel Freude beim Schiffe angucken und Schiffe kaufen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020